ENERGY DOWNTOWN WELCOME ON BOARD BOMMIS IN 360-Grad-Blickwinkel Welcome aboard! Heute mit Claudio Zuccolini Am einen Teil von Dabu Fantastic und auf der anderen Seite einmal schnell drehen DJ Arts Welcome aboard! Die Herren! Ich mache eigentlich schon lange Musik. Könnt ihr mittlerweile davon leben? Ich schon, ja. Wie sehe ich es? Ja, das kommt auf die Anspreche drauf an. Nein, es reicht wie der Kuchen, den wir zu verteilen haben mit unserer Band. Nur unserer Band. Der würde für niemanden davon leben. Aber wenn du Musik machst, sonst auch noch viel, auflebst und andere Sachen produzierst und sonst noch Musik machst für andere Sachen, dann kannst du davon leben. ein bisschen. Wir haben schon den grössten Anteil vom Dabu Fantastic-Kuchen. Darum reicht es bei mir am ehesten. Ganz ungescheuert. Ja, nein. Wenn wir auf der Bühne spielen, nimmt jeder gleich viel Geld zum Beispiel. Das ist bei uns so eine Regel. Jeder, der auf der Bühne stand, ist gleich viel Geld. Aber wenn es darum geht, wenn ein Song am Radio läuft, wer kriegt wieviel Geld, dann kriegt er auch den Textschreiben und das schreibt einfach mehr Geld. Das bin ich zum Beispiel. Bei dem viel Geld verdient, als Musiker. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist ja schwieriger geworden. Ja. Aber die Radio-Dinge, das nehme ich mal Wunder, das sind immer verschiedene Zahlen, die rumgehen. Der Song, das sind ja der Autor, der Komponist, der Textkomponist, der Interpret an und für sich verdient vom Ding, wenn der Song läuft, nichts eigentlich. Also wenn ich einen Song covere, von jemandem, dann kriege ich am Radio trotzdem noch etwas. Ja, es ist einfach viel weniger. Eben, gell. Es ist einfach viel weniger, aber die Rechte des Interpretes sind auch geschützt. Ja. Durch das Urheberrecht, und dann bekommst du auch eine kleine Vergütung rüber. Aber es ist eigentlich viel weniger. Aber der ... Ah, aber ich ... Aber es muss der Interpret der Aufnahme sein, die gesendet wird. Ah, okay. Also ... Er ist anwalt. Ah ja? Er ist anwalt. Das ist eben, wenn es nicht reicht. Das muss ich ab und zu ... Ich muss ab und zu ... Ich muss ab und zu nicht puzzeln. Wenn du so etwas fragst, dann merkst du ja ... Also A-Walt oder Litzi-Uhr einfach? Nein, A-Walt. So richtig mit ... R-A? Mhm. Hey, crazy. Popplo, he? L-L-T-Ignug. Ja, das mache ich ... Sehst du, was das Bob macht? Ja, so ein Krumm. Es ist das. Es meldet sich gerade ... Es meldet sich der Zorn vom Universum. Gibt es denn ... Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in der Comedy-Szene, weil es auch so Trends, wo du dann merkst, Ah, jetzt ... Die Programme von den Leuten so um 2005 bis 2007 haben alles ein bisschen das drin. Also es gibt sicher ... Oder es gibt Trends halt ... Ich bin jetzt in einem Alter mit kleinen Kindern, wo du ... Das ist natürlich immer ein Thema, das dann immer wieder einflüsst. Meistens nimmst du ja von dir selber Sachen. Oder ... In der Musik nimm auch all die Love-Songs und alles. Ich meine, das sind Sachen, die du meistens selber erlebt hast. Und dann kommt es ja auch geil. Und dann gibt es halt einfach Geschichten, wo z.B. Facebook ist jetzt so etwas, was sicher im Trend ist. Aber auch erst, obwohl es ja vor ... Weiss nicht, wie viele Jahren angefangen hat. Mittlerweile kannst du es sehr wahrscheinlich als Thema machen, vielleicht seit zwei Jahren. Aber da musst du sehr lange warten, bis es ein Thema wird. Weil es einfach sehr viele Leute hat, die das noch nie ... Keine Ahnung haben. Also du suchst quasi immer, du klinchst dich gemeinsam mit deinem Publikum? Ja. Soll ich eigentlich. Also wenn ich irgendwo auf dem Land bin, wo kein Mensch weiss, was ein Tram ist, oder? Oder weisst du, wo noch nie jemand ... Ja, wenn irgendwo ... Ich weiss nicht wo. Dann kannst du keine Tram-Jokes machen. Also weisst du, wenn man sagt, heute Morgen im Tram, wir wissen ja im Tram ... Aber passest du das Programm auf? Nein. Ohne das jetzt jemand beleidigen, Hinterbühnenblitz? Hinterbühnenblitz ist ein ganz geiler Ort zum Spielen. Nicht gegen Hinterbühnenblitz. Dann sagst du, wir kennen das Gefühl, wenn ihr in einem Kuhladen reinsteht? Nein, aber du machst das Thema schon beim Schreiben nicht. Weil du einfach ... Dadurch, dass ich sehr faul bin, finde ich, es lohnt sich nämlich nicht, zu irgendwie tausend Varianten machen, nur damit ich überall spielen kann. Sondern dann machst du etwas, das alle kennen. Wie zähputzen zum Beispiel. In der Comedy habe ich das Gefühl, dass das Mann-Frau-Dings, also Mario Bart, der kotzt das ja aus, seit Jahren, und das machen ja eigentlich alle auch. Aber das ist halt etwas, was immer geht, oder? Ja, es geht immer. Ich bin jetzt gerade mit dem neuen Programm wieder dran. Es geht immer, vor allem, wenn du heiraten bist, wenn du Kinder hast, dann gibt es einfach so Systeme in einer Beziehung, die du immer wieder erlebst. Und nicht nur du, alle anderen auch. und das ist dann so. Und das ist dann so der, weisst du, im Publikum, äh, 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 was sagt ihr, äh? Zum Beispiel meine Frau, oder, mit Töpfer, das ist so etwas. Weisst du, so Sachen, immer überall alles verpacken in eine Plastikschachtel und das sind Sachen, die ich noch nie erlebe. Das erleben viele andere. Oder als Mann, Bei mir sagen sie immer, ihr Männer sind so unordentlich und immer sind wir alles aufräumen. Es ist nicht so, dass es uns nicht stört. Es geht einfach länger, bis es uns stört. Ich kann zwei Wochen gut um eine Tasche rumlaufen, einfach weil ich zu faul bin, um sie wegzustellen. Und nach zwei Wochen sagt es noch mal, eine Scheiss-Tasche und dann versorgen sie. Also spätestens wenn du in der Nacht aufs WC rüberkommst? Ja, irgendwann regtst du dich auf, aber meine Frau hat dann schon eine halbe Stunde, findet sie es blöd, dass die dort steht, der räumt sie weg und dann bin ich der, der nicht ordentlich ist. Ich bin einfach Zeitverzöger. Aber du musst dich dann einfach ein wenig ankäufen lassen, aber die Arbeit erledigt wird von jemand anderem. Also es hat ja ... Ja. Das ist so die Chef ... Das hat der Chef so an einem anderen. Das ist so die Cheftätigkeit. Du musst dich ankäufen lassen, aber die Arbeit müssen es gleich machen. So. Komm, gib ihm mal schnell hier. Ja. Ja. Welcome on board Challenge. Heute mit Double Fantastic, der der Double gegen the Arts surft. Ich weiss nicht, was machen wir als Challenge? Dass wir sagen, wer länger bleibt oder wer überhaupt aufsteht? Oder was machen wir? Du musst erst reden, wenn du ein Mikrofon hast. Warte, darfst du mich umarmen? Ich glaube ... Ich glaube ... Ich glaube, es geht darum, wer ... Wer überhaupt aufstehen kann. Ja, ich glaube auch. Also ich ziehe mal an. Achtung. Und wir gehen. Jawohl! Ja! 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 Das ist ein Schauer! Voll der Bluffer. Ja! 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 Ja, ich max jetzt. Jetzt müssen wir ihn nochmal mit der richtigen Geschwindigkeit fahren. Aber jetzt ist schon mal die Challenge vorgelegt. Ein Punkt für Arts. Ja! 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 Ich ziehe langsam an. Und aufstehen! Voilà! So! Ein bisschen raus! Jawohl! So, schau mal! Sehr gut! Ja! Ja! Oh, oh, oh! Und los! Ui! Nein! Big time! Sehr gut! Gross! Genau dort! Bremsen, bremsen! So! Also, ich ziehe einfach mal schnell ein bisschen an, damit du merkst, wie das Gefühl ist. Beide Hände hin. Und ich ziehe an. Ui! Das wäre ein. Das wäre jetzt ein. Er ist trotz seiner Größe ein bisschen breit gestanden. So, also. Ich ziehe mal schnell an. Einfach runterpuschen, oder? Einfach pressen, pressen, pressen. Gut, also. Schöne Wassergeburt. Und... Drucken! Ui! Es geht um alles, oder? Ohne... Ohne, dass ich jetzt da aber Druck mache. Aber es geht um alles. Vielleicht mehr, wenn ich jetzt go! Ui! 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 Ich ziehe an! Come on, come on! Drucken, 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 Drucken! Ja! Jawohl, stell auf, stell auf! Ja, das gilt! Das gilt! Das gilt! Das gilt! Das gilt! Das gilt! Schöne! Gut! Das gilt! Einen gibt es noch! Ja, also komm! Einen gibt es noch! Ja, weisst du! Ja, ja, also! Solange ich nicht schuld bin, wenn ich jetzt sparkomme, ist das für mich okay. Weisst du, das ist nicht so wichtig. Die Band ist im 3. Oh, wir haben zu wenig Zeit, ich kann nicht mehr! Also, Achtung! Jetzt kommst du! Und, go! Juhu! Bleiben, bleiben, bleiben! Nein, du bist gemein! Du bist verdammt ab dem Gas! Nein, ich bin nicht am Gas! Wohl, du bist am Gas! Wohl, du musst zu den Feldern stehen und sagen, ich bin am Gas! Ich hasse die verdammt Motivationstrend! Aber ich glaube, wir müssen ehrlich sein und sagen... Nein, also großen Respekt! Und sagen, diese Challenge geht am DJ Arts! Ja, das muss ich wirklich neidlos anerkennen! Bravo! Das war irgendwie ein Vorteil, psychologisch zu sein! Welcome aboard! Double Fantastic und Captain Claudio Zuccolini! Yeah! Yeah! Kurz vor dem Managear von unserem grossen Sommerfinale gibt es noch eine kleine Akustik-Session, auch ein Novum bei uns auf dem See. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Ein kleines Konzert für alle Menschen rundherum. Und ich verspreche ihnen dieser Stelle, ich singe nicht mit! Und wenn, dann nur Lip-Sync! Nicht wie letztes Mal! Lip-Sync! Bitteschön! Angelina, du weisst doch, man trifft sich! Zweimal und beim zweiten Mal richtig! Dein einsamen Blick ist! So frei, so leise, so viel Wildnis! Angelina mit zwei, jedes Sack! In unserem Boot ohne Kleider versteckt! Einen Sommer so viel leiser, als jetzt nur mit zwei! Bis auf den Reisen bist du im Herbst aus dem Nicht! Gseh' ich dich an der Bahn! Schaue die Hügel die gleich liegen an! Und so wie früher klimpern wir an! So wie früher verschwindet man gerade! Weil wir haben so viel Liebe zu geben! Als wäre das etwas, das das Leben lang gibt! Aber morgen bist du wieder weg! Weil aufeinander geht's aber nebeneinander nicht! Soll ich noch Stoffe machen, denkst du? Ja, haue! Angelina, es ist alles an deinem Magisch! Deine Worte, deine Haut, deine Haare frisch! Alles fantastisch! Solang es nicht mehr als ein Tag ist! Damals der Streit in der Küche! Tag zwei und der Streit auf dem Kutsche! Tag drei stieg stritten im Busse! Tag vier ist die Magie wieder vor gewesen! Aus dem Nichts seh' ich dich an der Bahn! Schaue die Hügel, die gleichigen Haare und klar! Dass ich neu verzaubert bin und ich geht's genauso wie mir! Und wir haben so viel Liebe zu geben! Als wäre das etwas, das das Leben lang gibt! Aber morgen bist du wieder weg! Weil aufeinander geht's aber nebeneinander nicht! 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 Medizin! Aufeinander geht's! Ich hab den Leid, musst du mich auch verstehen! Und ich sag ihn einmal! Und ich sag ihn einmal! Und ich sag ihn einmal! Alright! Und der Captain Claudio Zuccolini! Wirklich geil Fahrer! DJ Captain! Also, euer neueste Band-Member! Ja, das ist ja! Veganos und Captain! Bei euch wissen wir's! Energy Air! Nächste Station! Und noch vieles Weitere! Und das gehört von Tabo Fantastic! Und sofern du keinen Schwimmer rüberfährst, wirst du wirklich mal noch Captain, oder? Ja, wär's easy damit! Gut, kommet! Was gibt's von dir als nächstes noch schnell am Abschluss? Neues Programm! Ja! Dezember! Ein Rosen-Humor-Festival! Premiere! Uraufführung! Und das da heisst? Warum! Also, warum spielst du überhaupt? Dass sich die Leute diese Frage stellen? Das ist meine Frage immer! Warum? Warum sind wir auf dem See? Ja! Wenn wir nichts Gescheides tun haben! Ja! In diesem konkreten Fall! Aber es war geil, Jungs! Ich hab mir gesagt, wie geil ist auf dem See! So ist es! Nächste Folge! Am Montag in einer Woche! Bis dann!